Ja hallo ihr Lieben, Christian Schirmeier, Coach, Psychologe und so weiter in Hamburg. Berlin in der Nähe von Monohau. Es gibt noch, findest du in diesem Video, mein 3-Stunden-Paket und gilt noch bis heute Abend der Code 12 Ferien für 12 Euro auf meine Kurse. Ja, was für Zeiten? Boah, ich mach das ja sonst eigentlich auch nicht, weil wir haben gerade auch schon mal was gespendet hier für so Hochwasseropfer. Boah, das ist ja echt schlimm, 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 schlimm. Gerade wenn das so, irgendwie ist das nochmal echt gruseliger, wenn das so im eigenen Land passiert und das ist ja, wo auch immer das herkommt, einfach furchtbar. Und ja, auch mein Mitgefühl geht natürlich raus an die armen Menschen. Das muss ganz schlimm sein, wenn einem das Haus unterm Arsch wegspült. Also, und ja, so viel Todesopfer ist echt, echt schlimm. Was sind das für Zeiten gerade, meine Güte. Gut, aber ich bleib bei meinen Themen, mach das, was ich am besten kann und genau. Thema heute ist, ja, wenn dein Partner sofort jemand Neues hat nach einer Beziehung, da gab es so einige Kommentare unter so einem Video. Das verlinke ich vielleicht auch nochmal, wenn ich das finde, mit Warmwechseln. Also, ich glaube, das war das Video bei Rebound-Beziehungen und wo ja schon mal die Wissenschaft sagt, ja, können auch durchaus gut gehen. Und während so der alltägliche Gefühl des Pateraporten sagt, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber naja. Aber ich wollte das mal so ein bisschen grundsätzlicher angehen. Ich lese mal so ein paar Sachen vor, die jetzt so Kommentare waren. Also, meine Ex ist direkt nach uns in eine neue Beziehung gegangen und sie sind heute noch zusammen. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Oder hier wurde kommentiert. Warmwechseln ist ein tolles Thema, gerade ist sehr aktuell in meinem Umfeld. Nach vielen Jahren Ehe mit ohne Kinder sofort zum nächsten Ziehen, ohne Fair, Aufarbeitung, Lovebombing. Würde mich interessieren, nach welcher Typ Mensch das macht. Ich konnte, also das machen sowohl Postpol als auch Minuspol, kann ich euch sagen. Ich konnte das nie, aber auch ewig, um alles zu verarbeiten, um mich wieder Gehalt einzulassen. Genau. Oder, was haben wir hier noch schönes? Nach fünf Jahren Beziehung hat mich meine Freundin verlassen, nach ein paar Wochen nach mir wohl einen neuen. Er ist ihrer Meinung nach viel toller und hat schon so viel mehr erreicht im Leben. Ich meine, sie kennt ihn eigentlich gar nicht, wünscht niemandem was Schlechtes, aber sie hat einfach nur verdient, dass es in die Hose geht. Damit wünschst du ihr aber was Schlechtes. Das ist alles Ego, auch wenn einem das nicht gefällt, weil ich weiß, das muss rein logisch etwas Oberflächliches sein. Nein, so einfach ist es nicht. Ohne Tiefe und das kann doch nicht lange halten oder doch, es kann lange halten. Also ich wollte es mal so grundsätzlich angehen und einfach mal gerne sagen, also wenn jemand sich trennt von einem, kann er, es gibt kein Gesetz dagegen, noch am gleichen Tag auf eine Dating-App zu gehen und sich jemand anders zu holen. Oder vielleicht gab es ja schon jemand anders, den man irgendwie gut fand, hat es einfach nur nicht verfolgt. Dann zu sagen, hallo, ich bin Single und mit dem sofort, ja, eine Beziehung einzugehen oder eine Affäre. Es gibt, es ist erlaubt, also und Monogamie heißt ja nicht, dass, ja, es ist ein Commitment, aber es heißt ja nicht, dass man so gerade so zum Ende von einer Beziehung nicht über einen langen Zeitraum, also gerade bei Frauen, über einen langen Zeitraum sich schon entliebt hat, das in Frage stellt und ja, dann zu einer, irgendwann zu einer Lösung kommt und dann ist der Drops halt gelutscht und dann denkt man sich, ich bin eh schon ewig entliebt und warum soll ich jetzt noch warten, kann ich ja das machen, wo ich jetzt Bock drauf habe und warum nicht? Also es ist total ethisch, völlig in Ordnung, auch wenn einem das nicht gefällt als Verlassener, also wie gesagt, das, also Monogamie erstreckt sich da nicht noch auf ein Trauerjahr danach, wo man jemand, 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 nicht jemand anders angucken darf, so, ne, also Trennung ist Trennung, ne, und natürlich, als Verlassener tut einem das natürlich weh, deswegen sage ich ja immer wieder gebetsmühlenartig, äh, kein Kontakt und keine Information, also man, äh, zieht sich das einfach nicht mehr rein, der Typ oder die Frau hatte halt die Nettigkeit, einen zu verlassen und dann ist die gestorben für einen, fertig, so, also da, und dann guckt man auch nicht mehr, was die oder der jetzt macht, also es sei denn, man muss jetzt noch, äh, es bleibt nämlich erspart, wenn man vielleicht Kinder hat oder irgendwie gemeinsames Eigentum auflösen muss, aber selbst dann, ich, äh, würde mir das überhaupt nicht reinziehen, sondern einfach sagen, okay, will mich nicht mehr, äh, selbst schuld und selber sofort nach vorne gehen, was auch immer das heißt, also es ist sicherlich, man muss es halt unterscheiden, was ist ethischen Ordnung und was macht psychologisch Sinn, psychologisch macht sicherlich Sinn, nicht sofort in die nächste Beziehung zu gehen, sondern das erstmal, äh, zu verarbeiten, weil, wie gesagt, manche Menschen haben halt das Gefühl, sie haben die Beziehung eigentlich schon längst verlassen, obwohl sie das Commitment noch nicht aufgegeben haben und, und, äh, ja, für manche ist es vielleicht Frustverarbeitung, äh, für manche ist es einfach diese Emotionen zugleistern mit, äh, Sexualität, was vielleicht nicht die beste Idee ist, aber wird gemacht und kann natürlich, können daraus neue Beziehungen entstehen und vielleicht gibt es, ähm, zufällig, aber es gibt ja keine Zufälle, vielleicht gibt es mit einem neuen Partner tatsächlich eine bessere Kompatibilität, das heißt ja nicht, dass, äh, jemand, der verlassen wird, dass der schlechter war, sondern einfach, dass das Universum sagt, hey, passt einfach nicht mehr zusammen und, ähm, ja, also man ist ja nicht festgeschnallt an so einer Beziehung und kann dann natürlich gucken, mit wem, also in welcher Frequenz bin ich jetzt, mit wem habe ich jetzt eine Kompatibilität, ne, oder eine Chemie meinetwegen auch nur, äh, und das kann derjenige, der, das ist natürlich, fällt demjenigen, der verlassen wird, natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber, äh, logischerweise, aber, äh, ja, habe ich auch schon mal erlebt in meinem Leben, so am Anfang meiner Beziehungshistorie, dass mich eine Frau verlassen hat und die hat dann den nächsten geheiratet und das, glaube ich, bis heute verheiratet mit dem, ja, so gut, das ist ihre Entscheidung und, äh, who cares, so, also, da müsst ihr echt mehr, äh, selbstbewusster sein und an euch denken und denken, ja, selbst schuld, wenn derjenige dann jemand Schlechteres, kann man ja für sich denken, ne, das eigene Ego ist ein Befrieden, selbst schuld, wenn er jemand Schlechteres weiterdaten will, ist nicht mein Problem, aber man, aber, sollte, man sollte nicht so ein Ego-Ding draus machen, also, das ist wirklich mein Rat, wenn wir Richtung höhere Versionen der Liebe kommen wollen, müssen wir das Ego ein bisschen zurücklassen und da können wir nicht immer sagen, ich wünsche dem einer was Schlechtes und ich würde dann auch raten, nicht zu sagen, ich wünsche dem einer nicht Schlechtes und wünsche ihm doch was Schlechtes, also, ich weiß, das Ego kotzt dann und will einfach nur Rache und das darf man ja auch für sich fühlen und da auch mal eine Zeit lang durchgehen, macht das ruhig, aber, da muss es auch mal gut sein und das Leben weitergehen, also, ich würde auch keine, außer, es war jetzt eine toxische Beziehung, keine Brücken abbrechen, weil wer weiß, was, äh, was noch kommt, vielleicht kommt die Person wieder, war doch in ihr Turm, kommt wieder zurück, vielleicht fühlen wir sie da noch, vielleicht fühlen wir sie nicht mehr, aber ich würde, also, es ist manchmal wirklich eine gute Sache, dem Ego, das kann man ja für sich spüren, aber dem Ego nichts von freien Lauf zu lassen und das alles rauszulassen und auf den Partner rumzuhacken und ihn nochmal versuchen, Rache zu üben, nur weil er einen verlassen hat und, ähm, ja, weil, wer weiß, was man, was dann vielleicht noch passiert wäre, so, weiß man ja alles nicht, äh, viele kommen ja auch wieder zurück, also, wie gesagt, boah, vielleicht will man es dann noch vielleicht nicht, muss man ja wissen, aber, äh, aber, äh, man darf das, man darf weiterziehen, man darf zu jemand anders gehen und, also, mal ganz ehrlich, so, wenn jetzt eine lange Beziehung ist, die fällt so ganz langsam auseinander, ob jetzt wahrgenommen von beiden oder nicht, äh, die fällt auseinander, äh, einer entliebt sich und diese eine Person lernt jetzt irgendwie, äh, aufgrund irgendeines Zufalls, der es natürlich nicht gibt, jemand Neues kennen, verliebt sich in den, oder merkt, dass sie sich verliebt und, äh, beendet dann fairerweise die Beziehung, ja, also, ich weiß nicht, ob ihr das noch nicht erlebt habt, aber natürlich ist einem dann in dem Moment der Ex-Partner ziemlich wurscht. Das ist halt, diese Sache mit Verlieben, das ist erstmal alles überdeckt und, so, der empathischste Mensch ist man nicht so, wenn man gerade verliebt ist, so, das, äh, dann nervt das Alte einfach nur noch und, äh, was natürlich auch nicht gut ist, ich finde, man sollte das Alte schätzen und auch, äh, diese Liebe, die man zu dem vorherigen Partner hatte, sollte man wertschätzen und mitnehmen und, äh, muss man auch nicht so wegdrücken und man sollte empathisch bleiben, aber realistischerweise, weiß nicht, ob das manche vielleicht noch nicht erlebt haben, wie egal einem das dann ist, das ist dann einfach so, das geht natürlich auch wieder weg und man, man, äh, sieht es dann vielleicht mit ein bisschen Abstand anders und, äh, ja, ist dann nicht mehr so zu, sag ich mal, aber jeder hat so seine eigene Strategie, ne, und mancher, vielleicht ist es auch die bessere Strategie, das dann lange zu verarbeiten, also nach toxischen Beziehungen sowieso, ne, aber mancher hat halt die Strategie, schnell ein anderes Bett zu hüpfen und ist dann die, das sollte man, glaube ich, nicht beurteilen oder zumindest nicht verurteilen, ist die Strategie des anderen Menschen dann halt, ne, also ich meine, das ist schon genug verboten und reglementiert in unserem Leben, äh, müssen ja jetzt nicht auch immer noch mehr Regeln, äh, finden, also meiner Ansicht nach haben wir schon viel zu viel Regeln, das ist ja ein Albtraum, aber, ja, ist es dann so, ne, und alles andere ist Ego, das ist eine brutale Realität, also, dürfen wir auch haben, aber ist, glaube ich, wirklich wichtig, das so ein bisschen zu hinterfragen und, ähm, ja, und wenn es einem halt weh tut, guckt man halt nicht hin, fertig. Wird eben nicht das Social-Media-Profil gestalkt vom Ex und guckt, was, wie glücklich sind jetzt die Neuen, ja, da kann ich mir auch gleich, wenn ich eine Wunde habe, dann ein Messer nehmen und dann jeden Tag fünfmal reinstechen, ja, das ist halt wenig erquickend, sag ich mal so. Ja, genau, ähm, am Mittwoch bin, ach, jetzt bin ich schon wieder Mittwoch, am Donnerstag, also Donnerstag, bin ich 18 Uhr live auf dem Instagram-Kanal von Stefanie Stahl, vielleicht gehe ich heute Abend auf meinem Kanal nochmal live, und, äh, wenn ihr sonst noch Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, schickt ihr euch das Formular auf liebeschip.de, ähm, es gibt auch noch wieder diesen Code SOMMER50 für die Bootcamps, wenn ihr noch einen der letzten Plätze auf dem Bootcamp erwischen wollt, den packe ich auch nochmal drunter, ähm, da gibt's, wie ist denn das, Hamburg und Murnau, glaube ich, noch ganz wenig Plätze, und in Berlin, glaube ich, ein bisschen, ja, ja, genau, ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen, ja, ach nee, also das, genau, es gibt auch, da schreibe ich, also da melde ich mich aber nochmal, es gibt jetzt bald die erste Lesung von meinem aktuellen Buch von Opfer zum Gestalter in Hamburg, selbe grenzte Platzzahl, ähm, werden wir, glaube ich, heute mal verlinken auf Liebeschip bei mir im Store. Okay, wir werden uns bald wiedersehen. Ja, wir werden uns bald wiedersehen.